Ein Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Die weiße Limousine hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 40.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 125 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,0 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 12.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ester Preis Vielen Dank.